Ich hole mir erst mal ne Rube Weste Da sind noch Westen drin Ich nehm mir erst mal eine Oh, wo sind die denn? Basti, denk dran, Kontenance, ne? YouTube, hör zu Ja, wir können da erst recht schneiden Ja, ja, klar Ja, wow Das heißt, wenn wir Basti mitspielen lassen, Simon Und wir jedes Mal zurechtschneiden Wenn der sich daneben benimmt Dann haben wir ein 3-Sekunden-Video Ja, klar, ich bin gar nicht so übert Karp, bitte nimm mal von vorne Oh, Blackbird, hätt ich auch gerne Ah ja, Termiter Termiter wollte ich Ey, der hat denn schon... Oh, der hat einen season pass Ja Jetzt haben den schon ganz viele Auch die waren viele Echt Den ganzen Match-Kids Also ich hol mir niemals so n season pass Ja, keine Ahnung, Phil hatte den noch in der Pre-Order drin Die Peter gespielt Ah, in der Frühe, oder? Ja, ja Wenn die Peter zusammengespielten Wollte ich dich da in der Da direkt mal, wo, keine Ahnung, 60 Euro oder so rausgestellt Okay Hast du dir schon die ganzen Kopfbedeckungen an den Kopf, Basti? Äh, äh, nicht alle, also von meinem Hinblingscharakter an hätte ich mir angeguckt, ja Hast du auch gesehen, wie viel die Kosten? Äh, ja Teilweise Garage Äh, ordentliches Geld, ne? Ja, 30.000 ansehen Mehr als so ein Charakter hier Obwohl ich weiß ja noch nicht die Preise der Charaktere Ah, ich bin eh neun Ah, ich bin eh neun Ach, scheiße, was fand ich da unten hin? Ich hab auch die Schrift 25.000, oder? Ah, Ferber, haben wir ja Fetscher dabei? Ne, ne? Nö Fuck, ey, das ist schade Ah, komm noch Ich weiß nicht, wo ich mit meiner Drohne hin soll Ich finde Fetscher und Fermite immer wichtig Schlägt mich einfach hier hin Oh, das ist eine gute Kose Grüne Kose Fetzer, 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 Fetzer Uh Ja, 28 HP hab ich noch Und, wenig HP auch noch Aber er hat nen Headshot vor den dingern was sie da liegt keine news ja ich hab ja gesicht aber nachgeguckt machen wir uns zweiter auf hat sich da abgeseilt ja wollte wollte genau die können sich nicht absehen hey boss sind wir heute angreifer oder verteidiger ich glaube verteidiger auch da nehme ich keine seile mit ist nur noch einer übrig wo ist der wo ist der treppenhaus wow er hat den da hinten geplantet ich komme erstmal eine rube weste da sind noch westen drin ich nehme mir erstmal eine wo sind die denn das war ich nein ich habe ihn gesehen das war kackt ich habe ihn doch noch im kopf geschmack ich wollte super gut zielen haben wir die gebummst? haben wir ne? zwei haben glaube ich aufgegeben direkt ja kollegier hat durchgebummst ach ich muss doch hier ein dinges machen ja einer ist noch rausgegangen kam kein bestern hä waren nicht zwei ne einer kam glaube ich schon nach oder? hast du ja gestern einen bruder gesehen? mein bruder? mhm ich nicht in lafale dazu geguckt bei edelwissen ich habe nach zwei jahren mein comeback gefeiert aber nur aus hilfsweise haben sie dich doch weich geklopft aber nur was mit pokalspielen habe ich gedacht okay weil es wäre halt bitter ne wenn ja dann kannst du den rum ernten ne na von mir ist mir egal ich hätte mir eh verloren aber mir lags nicht die haben mich überhaupt gefeiert wie man nach zwei jahren äh he jetzt möchte ich sorgen dann trifft dich vielleicht irgendwer denn irgendwer trifft dich gleich dopo der war vor sauer und böse wollte ich bi ich hab mich angewixt richtig ist hier irgendwo verkehrt habe und er kann nicht mehr viel haben ihr habt jetzt nicht von oben nicht runter kommen ja ich hab hier die raschentore Er ist da unten im Treppenhaus? Ja, ist da immer auf Treppen. Ah, ich krieg einen assist. Da seid ihr hier oben. Der ist einstück weg. Oh! Hab ich mich erschrocken? Oh, der hat nichts mehr. Jetzt smart geht der die, ne? Ich hab den selber gehört, aber ich hab den selber gehört. Viele kommen von da? Ein, zwei. Beide. Beide von da? Ah, nice. Es ist gleich gemütlich weiter. Ja, das wird mit, man muss die Ruhe weg haben. Ja. Vermiete? Wenn die das Ding der VIA nicht anbringen, die Jammern lachen mich kaputt. Da war nichts mit Jam abgedeckt. Nichts. Ja, ich weiß. Erstmal abwarten, wo jetzt die Bomben sind. Wollen wir eigentlich mal einen Ranked spielen? Weil ich hätte gerne wieder einen Rank. Warum müssen wir jetzt zehn Spiele machen für einen Rank? Wir haben jetzt schon drei, vier Matches gemacht. Ranked? Ja, mit Marcel und Daniel. Ja, okay. Wir müssen deinen Drone zu lösen. Wir müssen den Drone zu lösen. Töne der Drone. Das ist schon gehört. Ist das so gesagt, Keller? Keller? Ja. Töne der Drone. Oh, oh. Ich kann es ja nur da, du bist da. Zack, 20. Ah, nein, 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 nein. Ja, was ist das denn? Warum nicht er weggeht? Ja, er hat recht, achtet auf Fallen, ne? Ja. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Da drin? Ja, ja. Kann ich da hinten eigentlich auf dieses Gebäude drauf? Äh, pass, ich muss die Flash. Ah, down. Kann man hier aber... Launching Drone! Egal, aber ich hab den Defuser hier. Okay. Die steht aber gefährlich mit seiner Druck. Nein, Falle! Ja, und ich konnte nicht so weit runter gucken, wenn sie ihn kaputt zu machen, aber klar. Gegenüber kommt was! Down! Ja, hebe ihn auf, ich geb dir Deckung. Noch zur Falle! Hebst du ihn auf? Ja, ich... Ich gucke weiterhin gerade aus da hin. Ich höre was. Die haben irgendwas aufgebrochen. Okay, ich komm jetzt rein und plante den Defuser, okay? Ja. Geradeaus. Scheiße, ich hab ihn nicht gesehen. Hat nur 70, 80 Prozent. Zwei Stück im Darts! Und... Fudel! So! Ich hab deine Leiche nicht gesehen, ey. Scheiße! Ja, war er markiert, ja, markiert! Oh Gott, mein Schlaf, Scheiße! Oh Gott! Simon Yaki, genau! Komm! 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 Oh, hab dich schlecht geschossen! Egal! Haha! Ey, du... Sieh jetzt ganz cool aus! Nein, ich... Du hast sogar einen HP! Was gibt's? Das gibt, Kids? Ja, komm! Gut! Herzig... Körst mich! Chun, warte! Gitte... Schwester! Flasig! Warte! 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 Bis zum nächsten Mal.